In diesem Video geht es um die besten drei TV-Boxen Android. Der erste Platz geht an das High-End-Produkt. Dieser Fernseher ist mit dem neuesten Betriebssystem Android 1.1 und dem RK3318 Chipsatz ausgestattet, der schneller und effizienter ist. Diese Android TV-Box bietet eine bessere Software, Spiele- und App-Kompatibilität, eine verbesserte Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung. Torewell Android TV-Box bietet reichlich Platz mit 4 GB DDR3 RAM, 32 GB ROM und einem schnellen Start für Ihre Apps und Spiele. Die Torewell Android TV-Box verfügt über integriertes 2, 4G und 5G, Wi-Fi und unterstützt LAN Ethernet RJ4510100M. Wir bieten eine bequeme Verbindung und ein stabileres WLAN-Signal und der Google Play Store in dieser Android TV-Box unterstützt viele Android Apps. Diese neueste Android TV-Box unterstützt die Dekodierung und Wiedergabe nahezu allergängigen Audio- und Videoformate, sodass Sie ultimative 4K-HD-Videos genießen können. Jetzt direkt sparen! Der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz geht an das Preis-Leistungs-Sieger-Produkt. Die Q-Plus Android TV-Box wird mit dem Betriebssystem Android 9.0, der neuesten H6 Quad-Core Cortex A53 CPU mit GPU Mali T720 MP2, geliefert. Der großzügige Speicherplatz von 2GB RAM gewährleistet Geschwindigkeit und Stabilität des Betriebssystems, unterstützt wesentlich höhere Ausführungsgeschwindigkeiten ohne Pufferung oder Unterbrechung. Sie wird mit integriertem 2,4G WLAN geliefert und unterstützt Ethernet LAN 10100M. Wir bieten eine bequeme Verbindung und ein stabileres WLAN-Signal für ein erstklassiges Video-Erlebnis. Die Q-Plus Android TV-Box unterstützt die Dekodierung und Wiedergabe nahezu aller gängigen Audio- und Video-Formate, sodass Sie ultimative 6K-HD-Videos genießen können, die klarer als 4K sind. Die Q-Plus Android TV-Box ist mit einem USB 3.0-Anschluss ausgestattet. Der USB 2.0-Anschluss unterstützt Maus und Tastatur. Der dritte Platz geht an das Sparprodukt. Die T95-H-TV-Box wird mit dem neuesten Betriebssystem Android 1.0 und dem Alvener H616 Chipsots geliefert, der schneller und effizienter ist. Diese Android TV-Box bietet eine bessere Software, Spiele- und App-Kompatibilität, eine verbesserte Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung. Die T95-H Android TV-Box bietet ausreichend Platz mit einem GB DDR3-Run, 8 GB ROM und einem schnellen Start für Ihre Apps und Spiele. Diese neueste Android TV-Box T95-H unterstützt die Dekodierung und Wiedergabe nahezu aller gängigen Audio- und Video-Formate, sodass Sie ultimative 6K-HD-Videos genießen können, die klarer als 4K sind. Die T95-H Android TV-Box ist mit integriertem 2,4G-WLAN ausgestattet und unterstützt LAN Ethernet RJ4510100M. Wir bieten bequeme Verbindungen und stabilere WLAN-Signale für ein erstklassiges Video-Erlebnis.